Heute Freitag eröffnet die Anschlussstelle Dornbirn Süd. Das ist die dritte Anschlussstelle für Dornbirn. Wir dürfen jetzt als eines der ersten, wenn nicht sogar als das erste Auto hier von Dornbirn auffahren auf die Anschlussstelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020